Nachdenkseiten Die kritische Website Kriegstüchtig oder wie wäre das eigentlich vor 40 Jahren gewesen? Ein Beitrag von Leo Ensel Verteidigungsminister Pistorius' Direktive Deutschland müsse kriegstüchtig werden wurde von der betroffenen Bevölkerung mit bemerkenswerter Schicksalsergebenheit hingenommen. Der fällige Aufschrei blieb nicht nur aus der forsche Minister wurde auch noch prompt zum beliebtesten Politiker gekürt. Vor 40 Jahren wäre das etwas anders gewesen. Nein, natürlich war früher nicht alles besser. Aber stellen wir uns für einen Moment einmal vor vor vier Jahrzehnten hätte der damalige Verteidigungsminister der alten Bundesrepublik Manfred Wörner ausgerechnet im Herbst 1983 in einem Fernsehinterview folgendes postuliert. Zitat Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Zitat Ende. Was wäre anschließend hier los gewesen? Bereits in der nächsten Ausgabe der Zeit hätte die Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff einen Leitartikel mit der Überschrift »Verteidigung der Entspannungspolitik« publiziert. Anderthalb Wochen später wäre unter dem Titel »Sagt Nein« in der Samstagsausgabe einer überregionalen Tageszeitung ein Appell prominenter Schriftsteller, Wissenschaftler, Künstler, Journalisten, Theologen, Gewerkschafter, aber auch einiger dissidenter Politiker aus dem Regierungslager, ja sogar ein oder zwei Generäle AD und, besonders mutig, von aktiven Bundeswehrsoldaten der Gruppe »Darmstädter Signal« veröffentlicht worden. Natürlich wo sonst? In der Frankfurter Rundschau. Den Erstunterzeichnern hätten sich kleingedruckt unter dem Text »Hunderte Bürger aus der Bevölkerung mit ihrer Unterschrift angeschlossen« und selbstverständlich auf eigene Kosten. Zwei Monate danach wäre in der Taschenbuchreihe »Rororo aktuell« ein Reader, »Kriegstüchtig« mit Texten unter anderem von Günter Grass, Heinrich Alberts, Horst Eberhard Richter, Dorothee Sölle und Erhard Eppler erschienen. Und gleich auf Platz sieben der »Spiegel-Bestsellerliste« hochgeschnellt. Allein in den ersten drei Wochen wären 14.000 Exemplare des Bandes verkauft worden. Ungefähr zur gleichen Zeit hätten an einem Samstag im Bonner Hofgarten hunderttausende Menschen unter dem Motto »Sagt Nein« nie wieder kriegstüchtig« demonstriert. Altkanzler Willy Brandt hätte seine Formel »Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein« beschworen. Heinrich Böll gerufen »Deutsche und Russen dürfen nie wieder aufeinander schießen« und Petra Kelly die Gesellschaft zur großen Verweigerung aufgefordert und für den Fall einer Mobilmachung damit gedroht, unser Land unregierbar zu machen. Alice Schwarzer hätte unter großem Applaus den Text »Sagt Nein« von Wolfgang Borchert vorgetragen. Und am Straßenrand hätten einige Jugendliche auf der Gitarre die biemannsche Übersetzung von Boris Vion's »Les Déserteurs« geklimpert. »Sagt Nein«, wenn sie euch ziehen, »Sagt Nein« zum Exerzieren, »Sagt Nein« zum Kriegeführen, »Sagt Nein« und geht nicht hin. Die Taz hätte Borcherts Text am selben Tag in einer Sonderausgabe auf die Titelseite gehievt und als Service für die Demonstranten nicht nur die einzelnen Routen für den Sternmarsch durch die Bonner Innenstadt abgebildet, sondern auch noch ein Demogadget in Gestalt eines Doppelblattes mit der Losung »Sagt Nein« in fetten Grußbuchstaben mitgeliefert. In der Folgezeit hätten viele Universitäten interdisziplinäre Ringvorlesungen wie »Von der schleichenden zur offenen Militarisierung der Gesellschaft« über die Aufrüstung in der Armee und in den Köpfen angeboten. In zahllosen Autohacks hätten sich nun neben dem Aufkleber »Atomkraft Nein Danke« auch noch ein anderer mit einem verknoteten Panzerrohr und dem Slogan »Sagt Nein« befunden. Der Spiegel hätte eine dreiteilige Serie »Die heimlichen und unheimlichen Profiteure« über die atemberaubenden Performance der Aktienkurse, der deutschen Rüstungsindustrie und deren klandestinen Verbündeten in Politik und Medien veröffentlicht. Die Bundestagsfraktion »Die Grünen« hätten während der Sitzung über die Genehmigung eines milliardenschweren Sondervermögens für die Bundeswehr »Geschlossen T-Shirts« mit der Aufschrift »Sagt Nein« getragen, diese Aufforderung gemäß abgestimmt und dabei ein Transparent »Kriegstüchtig« »Nie wieder« entrollt. Berufsgruppen hätten Initiativen wie Juristen, Lehrer, Psychologen, Journalisten etc. und ja, auch Soldaten für den Frieden gegründet und die Öffentlichkeit aus ihrer jeweiligen Perspektive informiert. In manchen Arztpraxen hätte ein Plakat mit dem Foto eines strahlenkranken Hiroshima-Kinds über dem Satz »Wir werden euch nicht helfen können« Ärzte gegen den Atomkrieg gehangen. Der Limburger Bischof Franz Kramphaus hätte im sonntäglichen Hochamt gepredigt, Der Gott, an den wir glauben, ist kein Kriegsgott, kein Gott einer bestimmten Armee, kein Gott nur einer Nation. Er ist der Gott und Vater aller Menschen in Ost und West, in Süd und Nord, in Russland, in Deutschland und in Amerika. Wir alle sind seine Geschöpfe. Niemand soll sich daher auf Gott berufen, wenn er zum Krieg rüstet. Und hätte sich dafür prompt einen schweren Rüffel aus Rom und von einigen NATO-treuen Amtsbrüdern eingefangen. Unsichtbare Sprayer hätten auf Bauzäunen und Häuserwänden folgenden Spruch herbeigezaubert. Oldenburg, wahlweise Bielefeld, Aschaffenburg, Kastrop-Rauxel oder Goslar ist eine schöne Stadt. Das war Hiroshima auch. An Schultafeln hätte plötzlich immer wieder der Satz »Sagt Nein« manchmal auch einfach nur »Nein« gestanden. 17-Jährige mit »Sagt Nein«-Stickern wären vor allem in Bayern zum Direktor zitiert und mit Schulverweis bedroht worden. Die eine oder andere Vertrauenslehrerin hätte sich öffentlich mit den aufsässigen Schülern solidarisiert, die GEW wiederum »Solidarität mit den aufsässigen Lehrerinnen« signalisiert. In den Altbaufenstern der Wohngemeinschaften in Bremen, Hamburg, Hannover und West-Berlin hätte die Losung »Entrüstet Euch« geprankt. Das Politmagazin Monitor hätte in einem »Der Ernstfall – Operationsplan Deutschland« genannten fiktiven Szenario den Alltag einer kriegstüchtigen Bundesrepublik bis hin zur geheimen Weisung »Panikpersonen sofort eliminieren« akribisch durchexerziert. Militante Kriegsgegner hätten Farbbeute gegen die Wände und Eingangstüren der Kreiswehrersatzämter geschleudert. Linksautonome Gruppen wie »Krieg dem Krieg« gar zu »Manöver« Störaktionen aufgerufen. Und die feministische Zeitschrift »Emma« hätte eine Serie über pazifistische Frauen von Bertha von Suttner, Margarete Selenka, Lieder G. Haimann, Gertrude Bär bis zu Joan Baiz publiziert. An alten Weltkriegsbunkern und den Eingangsschleusen zu unterirdischen, angeblich atomwaffensicheren Katastrophenkrankenhäusern hätte plötzlich der Satz »Die Überlebenden werden die Toten beneiden« gestanden. Öffentliche Rekrutenvereidigungen wären durch schrille Trillerpfeifkonzerte massiv gestört und behindert worden. Grauhaarige Senioren hätten sich mit Plakaten wie »Kriegsgeneration gegen Kriegstüchtigkeit« oder »Omas für den Frieden« vor die Kasernentore gesetzt und Militärtransporte blockiert und wären später dafür wegen Nötigung zu zig Tagessätzen amtsgerichtlich verurteilt worden. Udo Lindenberg schließlich hätte vor der Mauer am Brandenburger Tor ein Benefizkonzert mit dem Titel »Wozu sind Kriege da?« unter anderem für die aufsässigen Alten gegeben. Ja, so wäre das gewesen. Vor 40 Jahren. Postskriptum. Ist es eigentlich ein Zufall, dass trotz weltweiter Rekordrüstungsausgaben von fast 2,3 Billionen Dollar im Jahr 2023 das Wort »Rüstungswahnsinn« längst so ausgestorben ist wie zu paläontologischen Vorzeiten die Dinosaurier? Diesen Artikel von Leo Ensel haben wir mit freundlicher Genehmigung von Global Bridge übernommen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.